Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt haben wir es gerade gesehen. Nicht nur das Rollschulen ist in Ausseil ziehen. Das ist wieder der Plausch. Angezogen mit richtig unverwürstlichen Freizeitkleidern. In denen fühlt sich die Jungmannschaft natürlich besonders wohl. Hau her! Hau her! Hau her! Hau her! Hau her! Zum Beispiel in diesen fantastisch sitzenden Texta Blue Jeans von GOP. Sie sind aus 100% Baumwolle. Sie haben einen Gürtel. Und sie gehen nicht ein, weil sie nämlich schon vorgewaschen sind. In diesen rassigen Texta Frühlingspulli von GOP. können Sie zwischen zwei Qualitäten auswählen. 100% Baumwolle oder eine ebenfalls pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Kombination. Die glatte Kinderbekleidung gibt es jetzt je nach Angebot. In den gängigen Grössen zwar von 104 bis zum 176. Hau her! Hau her! Hau her! In diesen modischen und wetterfesten Texta Jacken von GOP ist man immer voll dabei. Sie haben dort ein Frotteefutter. Hau her! Hau! Hau her! Hau her! gibt es bei Coop ganz herzige Manchester Latzhose aus 100% Baumwolle und dazu Pullover in den verschiedensten Farben. Ja, und zu grossen Leistungen gibt es natürlich auch einen grossen Hunger. Und gerade wenn eine ganze Familie da ist, dann muss die liebe Mutter natürlich die verschiedensten Wünsche erfüllen und trotzdem täglich dafür sorgen, dass die ausgeglichene Ernährung von jedem Einzelnen garantiert ist. Und da braucht es natürlich viele Informationen, welche Coop auf Ihren Produkten ja schon immer gegeben hat. Und jetzt treffen Sie in Ihrem Coop-Laden hier und da die neue Packung an. Ein Zeichen dafür, dass Coop auch in Zukunft weiterhin Informationen bieten will, wie bei diesen Coop Cornflakes. Und da sehen Sie ja schon auf den ersten Blick, was Sie kaufen und bis wann das Produkt verkauft sein muss. Die Coop-Informationen haben natürlich noch andere gute Seiten. Hier haben Sie zum Beispiel Angaben über die Herstellung, über die genaue Zusammensetzung und für die Ernährungsbewusste den genaue Energiewert in Joule oder in Kalorien. Und wenn Sie noch Fragen oder ein Anliegen haben, dann finden Sie hier noch die genaue Adresse. Und auf der Rückseite dann, da finden Sie drei verschiedene Menüvorschläge mit der genauen Kalorienangabe. Und gerade jetzt läuft bei Coop eine Grossaktion, wo Sie verschiedene Frühstücksangebote darauf finden. Und auf diesen Plakaten an der Coop Scheifeister werden Sie informiert. So, das wäre es für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie jetzt aber noch auf die Angebote, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Beutel Arnie Prussien statt 1,70 nur 1,30. Ein Päckchen Granot Oulevet Biscuit nur 2,10. Grünpflanzen im Triopack kosten bei Coop nur 6,90. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, Jaffa Gräpfru in der Tragtasche, das Kilo nur 1,20. Und 2 Kilo Vialonereis statt 3,60 nur 2,90. Und als aktuellen Preisschlager der Lederfussball WM Superstar nur 14 Franken. Und die verschiedenen Spielbälle je nach Grösse von 2 bis 3,50 Franken. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017